Loot ist es nicht so prall. Also Loot kannst du hier vergessen. Ja, du musst den Nemesis töten, ne? Dann kriegst du schon Loot. Shade-Technologie verboten. Zugang verweigert. Shade-Protokolle werden deaktiviert. Kampfsimulation wird gestartet. Kampfsimulation aktiviert. Mal schauen, ob ich jetzt eine bessere Waffen kriege wie sonst. Oh, eine M4-Bolizei-Version, ich glaub's ja nicht. Kampf-Schaum, Feuer-Teufel. Ich hab' einen Kampf-Schaum. Ich weiß, wenn ich vorne an der Tür bin, könnte ich die erstmal bewegungsunfähig machen. Wird schwimmen? Ja, oder? In der Mitte. In der Mitte, hab ich ja immer gesagt. Es ist noch früh am Morgen. Neuer Raum wird betreten. Schwierigkeitsgrad Mittel. Da unten ist eine. Da ist eine. Und da ist nochmal irgendwo eine. Wände erscheinen in hervorgehobenen Türen. Ciao. Glückstreffer. Mhm. Kunkel. Pumkeleger. Das ist nochmal Glückstreffer. Mhm. Ich hab zwar nie ein Glück, aber was er warst. Vielen Dank. Dann gibt es bloß noch schwer. Neuer Ort wird betreten. Schwierigkeitsgrad schwer. 1, 2, 3, 3 Türen. Feinderstellung eingeleitet. Setz du den da oben in den Schacht? Dann gehe ich da runter. Ja. Das finde ich vernünftig. Richtig, die Gänge alle auf dich. Konsole online. Nachschubstation online. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, das klingt gut. Jetzt war er rot. Unten ist eine rode Tür und bestimmt auf der anderen Seite. Versuchen wir hoch zu gehen. Ja, da ist nochmal eine rode Tür. Und die dritte ist sie gerade nicht. Läuft. Läuft. Wachsamkeit. Das ist schon mal gut. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit auf meine Reise. Auf jeden Fall spielst du hier mit der Lenden, wo du sonst nie außerhalb spielen würdest. Das ist leicht. Nochmal leicht. Da kriegen wir zwar mit blau und gelb. Das ist vielleicht auch nicht übel. Verteidigung wollen wir aufbauen. Raum ausgewählt. Schwierigkeitsgrad. Da ist gleich rot. Da ist gleich rot. Ich gehe mal hier her. Ja. Ich gehe mal hier raus. läuft vor boston entdeckung ziehen dass man mit isoliert gefahrenschutz ist nie verkehrt ich liebe diesen raum kannst immer wieder her sie die räume bloß nicht raus da bleibt nichts mehr schießt er noch scharf mit raketen abonniere 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 Der gehört mir! Der gehört mir! Ich bin hier festgenagelt! Der blöde war nur ein Gas. Ich bin hier drauf gestanden. Hm. Da hat er, was ich auch wartet hab, da hat er mit einem Big Mac mitbrennen und Bombe ist. Oh, keine Position mehr. Er ist weg. Oh nein, da kann er raufschießen. Ein Glück laufen. So, blablabla, mal kurz. Muss man kommen. Wiederbeleben. Oh, der befreit sich aber schnell. Ich hab dich. Kannst du nicht mehr schwer. Der Ander kommt hoch, ne? Ich weiß es. Ach, da wollte ich jetzt sagen. Okay, kannst du da her. Ich geh da her. Ich hab' dann geblindet. Ach, soll ich da nochmal ein Scharfschütze, du? Der ist weg. Oh. Oh. Leck mich am Arsch, ey. Ach, das ist doch blöd, ey. Da oben hab' ich mich nicht decken gesessen, sonst ist doch hier so ein Gas. Ich weiß, das ist manchmal so scheiße. Aber wir haben's nur geschafft. Wir haben's nur erlebt. Teamwork macht's aus. So dick. Dr. Home. Freies Atmen. Ich nehm' Dr. Home. Das ist gut, da wird immer einer markiert. Nämlich diese additive Instinkte. Ich hab' Dr. Home. Ich muss da drauf schauen, dass er erst einmal markieren tut und dann... Ich glaub' ich nehm' Rüstung. Feuersimulation aktiviert. Okay, was kriegen wir denn? Eine M1A Classic. Na geil. Warte mal, was hab' ich denn? Ne, ich hab' überall noch Plätze frei, außer Utilities. Da hab' ich schon zwei. Ich kauf' nochmal nur einen. Ich mach' mal fertig. Da brauchst du ein wenig Fertigkeiten, ne? Also, die heidnet allzu viel. Das war ja leicht. Und da. Oh, Feuer. Ach, Feuer liebe ich sehr. Neuer Raum wird betreten. Schwierigkeitsgrad Mittel. Da wird so ein wenigstenschein waren. Hä? Wo sind denn da die Türen? Da hinten ist eine. Uh, da sind zwei und da kannst du dann nochmal entdecken, wie bei der Feuer ist. Und da ist nochmal eine. So ne Scheiße. Und da hinten ist auch noch eine. Absolut Scheiße. B1. Aha, die haut schon rein. Was klappt jetzt? So, was ging man da? Technische Hilfe. Warte, den Rienrausch. Da ist schwer, aber zweimal rot und einmal blau. Gibt's noch was mittel? Ja, da drüben. Zweimal gelb und einmal blau. Gibt's noch was mittel? Gibt's noch was mittel? Ja, da drüben. Ne, sag mal. Wir können auch schwer machen wir sicher. Ach komm, machen wir schwer. Gib mehr Kohle. Neuer Ort wird betreten. Schwierigkeitsgrad schwer. Können wir's nicht mehr kaufen. Müssen bloß überleben. Oh, da sind gleich hier zwei rote Türen. Feinde werden erstellt. Feinde erscheinen in hervorgehobenen Türen. Weiß er nicht? Doch, ich find's noch eine rote Tür. Da ja. Aber wir gucken nicht. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Konsole aktiv. Das war geil, dass sie sich jetzt auf dich konzentrieren haben. Dann konnte ich die bisschen in den Rücken schießen. Oh, Adrenalinrausch. Nochmal. Namen persönlich. Funke. Da ist schwer mit einmal rot und zweimal gelb. Und da einmal leicht. Sonst ist da nix, ne? Ja, genau. Natürlich wieder Giftgas. Mein Liebling. Raum ausgewählt. Schwierigkeitsgrad schwer. Da furzt wieder so ein Cleaner und dann bin ich wieder tot. Ah, das ist der Raum, wo wir gestorben sind. Das mal bleibe ich nicht da oben. Ne, da unten auch nicht. Aber da oben ist auch. Einlicher Kombatant wird erstellt. Oh Gott. Was ist denn das hier für Scheiß, Alter? Da ist keiner erwischt. Scheiße, weg. Da steht dann auch das so. So, den hab ich. Da hinten ist ein Scharfschützer. Diesmal nicht. Dass man mal gewusst, was da los ist. Erst den angehen. 10% Chance auf cool sein. Schock, das haben wir schon mal. Das könnten wir steigern. Wie schaut's denn eigentlich aus bei mir? Eigentlich schaut's ganz gut aus. Token verbraucht. Der kostet 500 zum Kaufen. Wir sind noch nicht. Was ist das Kaufen, meinst du? Na, ich kann für 500 Euro, äh, für 500 Euro einen Token kaufen. Aber wo sehe ich eigentlich, wie viel das ich selber hab? Gar nicht, ne? Gut, okay, komm. Weiter geht's. Ich kaufe mal einen. Oh, dreimal rot. Geil. Der Mittel ist doch okay. Dreimal rot. Raum ausgewählt. Schwierigkeitsgrad, Mittel. Äh. Äh. Was sind die Türen? Da ist eine. Da ist eine. Da ist keine. Ach, da unten ist eine. Ich weiß, er hat nicht geschossen. Da ist ein wilder Überblick verloren. Da ist doch so mal. Konsole online. Keiner Schüttung, Namen persönlich, Begleiter. Nä, ich hab vielseitig bei Räuber help. Ich probier's mal mit Namen persönlich, aber wenn's jetzt momentan... GPG leider nicht mit Shit. Ne, na. Das haben sie rausgemacht, ne. Da ist Bossi. Und schon wieder Giftgas. Ja, ja. Und schon wieder so scheiß Raum. Hier ist eigentlich ganz gut. Hinter mir ist nichts. Da drüben ist eins. Hier ist eins. Der hat seine Flügel gesteckt. Oh, komm, der Boss bei dir. Das ist ja, ne. Ich glaube, das ist ja ganz normaler. Mit Feuer, ne. Ich hab' dann eingeschaut. Arena gesäubert. Das ging eigentlich. Verheerend. Waffenschaden. Rüstung. Denk, ob ich jetzt nochmal auf Schaden gehe oder noch mal mehr Rüstung. Ich mach jetzt erst mal noch ein bisschen mehr Rüstung. Beim nächsten Mal geht er noch ein bisschen auf Schaden. Ne, komm, ich mach's mal. Ich stehe hier dabei. Du, ja, ich nicht. Ich bin auf Deckung angewiesen. Ich hab' mal was brauche ich. Ich hab' mal was brauche ich. Angriff, hab' ich noch einen Platz frei. Und ich hab' eigentlich überall noch einen Platz frei. Angriff, hab' ich noch einen Platz frei. Angriff, man kann ja, Oxygrader. Sprenger. Da ist nichts für mich dabei. Ich muh' mir die Kohle. Vielleicht kann ich mit der Kohle dann noch irgendwas anfangen. Kapazierte Munition kann ich mir noch kaufen. Auch wenns nicht viel ist, aber... Ich seh' da hinten einen Totenkopf. Siehst du das auch? Es war mehr rot und gelb an den roten Kopf da hinten. Ja. Wollen wir das machen? Machen. Was der gleich am Anfang ist? Oder ist das ein extra Boss? Elektrizität? Zufälliger Boss, ja. Oh, da ist gleich... Und da ist gleich noch mehr rot. Und da rot und da hinten rot. Ist überall rot hier. Ich bin hier runtergekauft, das weiß ich gar nicht. Verdammt, ich seh nicht. Oh, da ist Strom. Oh, da ist Strom. Oh, scheiße. Soll ich so... Ich wollte nur Strom geschäden. Ich dachte, ich gehe drauf. Aber den haben wir zum Glück eingeschäden. Ich habe den Boss. Ja. Ich habe den Opsidaten draufgeknallt. Alter, das war aber schon knappe bei mir. Ja, bei mir auch. Und in der Strom, der hat mich fast klingt. Chirurgisch, das kennt man nicht mehr. Rot. Das sind schon mal 5% Chance. Ja, da habe ich auch 5% Chance und 5%, äh, 10% Schaden. Mhm. Dann habe ich wachsam. Ne, das kann man ja noch stapeln. Also, das ist ein anderes Problem. Bis auf Rang 10 kannst du das ja hochziehen. So. Leicht. Ja, ja, ja. Ist da hinten noch schwer. Neuer Ort wird betreten. Schwierigkeitsgrad schwer. Also, schieß mal das weg. Jemand schick weg. Feinde werden erstellt. Der erschein in hervorgehobenen... Du meinst nicht so, wie ich bei dir. Drei Rode Düren, zwei auf meiner Seite. Los. Bewegung. Oh, da ist doch noch einer. Alter, kannst du mir denn jetzt schießen, ey. Was machst du denn jetzt? Wow. Wir haben ja uns alles weggerotzt. Der hat... Da hinten. Da hinten. Wurden wir da hingeschossen, ey. Da ist doch so viel Platz nochmal, was man da drüber schießt. Glückstreffer. 10% Schaden. Ich dachte, das hätte ich. Da nehme ich jetzt den Namen, bis wir nicht weggehen. Ist mir jetzt egal. Sind das die einzigen zwei da? Schaut's aus, ne? Da hinten ist schwer. Oder mittel ist das? Mittel. Da ist einer, da unten ist einer. Und da hinten ist nochmal einer. Heinderstellung eingeleitet. Ich gehe mal so her. So, hat er es jetzt dann noch bewegen können? Was trifft mich denn da? Er schießt immer mit Panzerfaust. Nachschubstation aktiviert. Technische Hilfe. Führung. Nur Scheiße. Schock. Das könnte ich mal weitermachen. Ich sehe das immer erst mal, wenn wir beide da sind. Mhm. Da ist eine Tür. Da hinten ist eine Tür. Und da ist auch nochmal eine Tür. Ich gehe mal da runter. Und dann nehme ich diese Tür da in Augenschein. Scheiße, ich komme da keiner raus haben. Oh, ich finde auch... Da war noch einer hinter mir. Da haben wir den gleich geschnallt. Versucherstörmordbar. MBCs recht zu bringen, wenn es geht. Konsole aktiv. Oh, jetzt kommen wir da rein. Oh, jetzt kommen wir da rein. Oh, Elektrik Gens. Elektrische Gefährdung entdeckt. Neuer Ort wird betreten. Schwierigkeitsgrad. Hochrangiges Ziel. Feinderstellung eingeleitet. Verste. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich bin der Mann. Puh, das ist aber mal generell die Geschichte. Wir wollen jetzt halt so weiterrunden haben. Nein! Gottverdammt! Nimm das! Natürlich, aber das ist ja wieder geil, ne? So, da hat er versagt. Naja, das auch. Ich gönne mal ein bisschen Waffen schaden. So, was geht's denn? Ich denke, ob ich diese holografische Ablenkung vielleicht austausche. Oder... Ich weiß nicht, was du meinst, was meinst du denn? Schirmwerfer sind ja nicht so schlecht, wenn du da ein wenig Fertigkeit drauf hast. Aber die hast du ja nicht. Ja, ich hab aber keine... Ne, hab ich nicht, ne? Deswegen... Da zieht er nicht viel ab. Ne, ich überspring das, ich steck die Kohle an. noch komme ich klar. Naja, ganz klar, zweimal roh und gelb. Neuer Raum wird betreten. Schwierigkeitsgrad, mittel. Da sind schon mal zwei Türen. Und da hinten ist auch nochmal eine. Feinde werden erstellt. Feinde erscheinen in der so gehobenen Türen. Scheiße. 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 Ich weiß. Was sind die scheiß Dinger da? Den einen hab ich. Den zweiten hab ich auch. Du hast nur scharf, schütze. Oh, du kommst mir jede Menge, ne? Sohle verfickbar. Bekleider extra. Operator ausgewählt. Neuen Raum zum fortsetzen auswählen. Ich hab's eigentlich nur ganz gut im Griff gehabt. Ja, bei mir war mal der Fokus drauf, ne? Ja. Manchmal ist er so scheiße. Raum ausgewählt. Schwierigkeitsgrad, mittel. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Da unten ist er Raum. Vielleicht kann ich den kleinen Fokus nehmen. Fahrende erscheinen in hervorgehobenen Türen. Nein! Ich hab wieder runtergegangen. Und deswegen ist der schon wieder der Staubsauer oder was? Nein! Ein Agent braucht Unterstützung! Nein! Jetzt geht's endlich. Bombard ohne Autos. Ich brauche jetzt hier. Ich bin da. Da. Ich kann schießen, da bist du im Weg. Zweite Runde. Oh nein! 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 Das muss von der anderen Seite sein. Natürlich! Konsole aktiv! Nein, ich schau immer! Hat sie aber schon erledigt gehabt. Revolver hit, strapaziert, höhere Hände. Na toll. Wachsamkeit. Das ist schon mal nicht schlecht. Steigern wir gleich nochmal. Operator zur Auswahl eines neuen Raumes autorisiert. Da ist leicht. Da hinten ist noch einmal schwer. Oder Normal halt, Mittel. Neuer Ort wird betreten. Schwierigkeitsgrad, Mittel. Feinde werden erstellt. Feinde erscheinen in hervorgehobenen Türen. Da oben ist eine Tür, da wo du gerade hinläufst. Ja, ich muss sagen, ich sehe da, da ist eine neue Tür. Ich will nur gucken, wie ich das nehme. Da kann ich mir nicht schießen, ey. Ja, ich bin da oben. Ich dachte, ich krieg die noch weg. Aber da muss ich sie noch zu weiterkommen. Ich bin da oben nicht so weit drinnen. Ich bin da oben weg. Du bist nicht so weit. In der Leutungsbunnen in temperatura zu einer anderen Seite. Sie sind so weit weg. Ich bin da oben weg. Da oben weg. Mit der Gewicht ist doch nicht. Ich bin da oben weg. ich versuche es mal die schweine im geschoss zeichen bei agent und da pass auf dass er eine ganze haufe feinde hier dachte ich schaffst du nur rüber sie mindestens noch zwei feinde da kummer muss ein paar feinde ja achten bombe drohne weg 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 so geil ne was ist die pistole noch muss die schweiß bomben dinge da weg bringen gar nicht. Da kommt einer. Du schaffst alles. Das soll scheiße aber nicht pissen, ey. Man, die Ansicht scheint mir so scheiße aus. Als ob sie mir daneben schießen lässt. Es ist doch gar nicht mehr so viel. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Was haben wir denn? War da gar nicht so schlimm. Nachschubstation verfügbar. Ich bin, ich habe tausend totes. Ich glaube, das war eben so arg knapp. Ich, vor allen Dingen, ich habe es auch noch versaut. Das muss ich auch noch sagen. Das war, ich habe eben Schweißausbrüche gehabt, ey. Ich glaube, war nicht wie hier. Ich kann mir das gut nachvollziehen. Ich habe gedacht, das wird jetzt versaut, ne? Das wäre es gewesen. Ich habe mich so geärgert. Ich habe mich eben so vor hinten wieder überrumpelt. Und dann dachte ich, es ist nur einer. Na gut. Aber dann kam noch Zweiter dazu. Neuer Raum wird betreten. Schwierigkeitsgrad, Mittel. Feindlicher Kombatant wird erstellt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es überleben. Ne, ich auch nicht. He? Es geht nicht. Danke schön. Natürlich, gleich aus meiner Tür Schießt er nie, schießt er nie Ich hab nur was trocken Deine Sorge, ich las nicht zu, dass dir was passiert Ich muss aber besser glauben Na, persönlich, na, das haben wir schon gehabt Ich will die Scheiße hier nicht Nehmen wir doch das Operator ausgewählt Neuen Raum zum Fortsetzen auswählen Das ist eh bloß eine Arena Nichts Wildes Oh, das war es hier unten, bloß die Tür Und dort drüben Ja, das hat man ja schon mal Ja, das war es hier Ja, das war es hier Ja, das war es hier Da eins Ja, das war es hier Ja, das war jetzt Was ist das? 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 Was ist das Ding zum Laufen? Was ist das? 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 Ich habe keine Ahnung. Das war ein Wellenmodus. Ja. Das war der Wellenmodus. Wir haben nur einen Wellenmodus gefunden. Ja, aber das ist ein Wellenmodus. Irgendwann passt das nicht. Was ist das? Natürlich ist das ein Bug. Oh, Störgerät hätte ich da. Wenn wir jetzt dreimal so die Pump bekommen haben oder Geld, ist ja in Ordnung. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Leck mich am Arsch. Ich muss mal schauen, was ich brauche. Ich habe überall noch Plätze frei. Das ist gut. Wir haben den versteckten Wellenmodus da dran gefunden. Da kannst du unendlich den Raum spielen. Aber es war keine schlechte Idee, schnelles Talent auszuwählen und weg. Das war eben. Ich habe eben schon gedacht, das wird gar nicht... Ey, was Störgerät. Ich dachte mir, wir haben den ersten Boss weg. Und dann laufen wir so ganz locker und ruhig. Denken wir, kannst du das Ding holen, ne? Das Talent und dann raus. Und dann denken wir, was ist denn jetzt los? Haben wir die zweite Welle verpasst oder was? Nach der dritten Welle bin ich ein wenig stutzig geworden. Dann müssen wir hier. Ja. Das war jetzt... Ach, ich... Ach, ich muss werden. Neuer Ort wird betreten. Ja, wenn es denn jetzt mal die Kohle kriegen würdest, dann wäre es dann immer so schlecht. Feindlicher Kombatant wird erstellt. Leck mich im Arsch, ey. Kokos-Sか? Ich weiß gar nicht, wie ihr es mitnommen wollt. Ich bin dritt. Po 9-7-6. Ich habe sowas in der Schatten mit der K Tribüne, die wollen sie jetzt, ja. Ich bin dritt. Ich bin dritt. Das ist dein Problem, wenn es was in die Augen ist. Ich wollte defensiv spielen. Kein Lebenszeichen bei Agent. Ganz interessant. Ja.